Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz besonderes geplant. Und zwar möchte ich mich bei euch bedanken für die 1190 Abonnenten. Vielen Dank dafür, das war wirklich mein größtes Ziel, was ich hatte. Und dafür mache ich heute ein Face-Reveal. Dafür muss ich natürlich diese Handcam erstmal spiegeln. Seite bereit, 3, 2, 1. Und das hier ist mein Gesicht. Da ziehe ich noch eine schicke Kappe auf, wie findet ihr es? Sehe ich überraschend aus oder eh so wie ihr erwartet hättet. Obwohl, mich sieht man gerade nicht ganz so gut. Ich glaube, vielleicht geht man weg vom Sessel. Ist so besser? Ich weiß nicht. Hallo. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ob es besser ist oder nicht. Ja, ich kann es glaube ich jetzt nicht ändern. Ist ja schade, ist ja eh egal. Man sieht glaube ich eh genug. Das passt dann auf jeden Fall schon. Also, nochmal vielen Dank für die 1180 Abonnenten. Wirklich ein Riesentraum. Natürlich kommen in Zukunft weitere Forza-Videos, ein paar Bedroos-Videos, Bimingin-Videos. Alles ist geplant. Also, das war es glaube ich auch mit dem Special. Face-Reveal ist getan. Ich hoffe, dass ich nicht allzu oft auf den Straßen erkannt werde. Bei so vielen Fans ist das wirklich schon ein ziemliches Problem geworden. Selbst die haben mich einfach in meinen Händen erkannt. Naja, kann man eigentlich nichts machen. Das war es auf jeden Fall mit dem Face-Reveal. Vielen Dank für die Abonnenten und danke an jeden von euch. Und abonniert auch gerne, falls ihr noch nicht getan habt. Und lasst auch ein Like da, wenn ihr weitere spannende Face-Reveals sehen wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.